Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Einige von euch haben mich in den letzten Tagen gefragt, wann Samsung denn endlich die neue A-Reihe launcht. Galaxy A52, Galaxy A72, da gibt es ja schon allerlei Gerüchte und allzu lange sollte es nicht mehr dauern. Was viele aber überhaupt nicht mitbekommen haben, ist, dass Samsung still und heimlich schon ein paar der Geräte der 2021er A-Reihe gelauncht hat, allen voran das Galaxy A42 5G. Das habe ich jetzt schon ein paar Wochen auf dem Schirm, aber die UVP von 369 Euro hat mich abgeschreckt. Da konnte ich mir den Test auch sparen, denn für den Preis ist es einfach viel zu schlecht ausgestattet. Nun, wie sagt man so schön, der Markt regelt das. Mittlerweile bekommt ihr das Galaxy A42 nämlich schon für um die 250 Euro und dann wird es doch wieder interessant, denn es unterstützt bereits 5G, hat jetzt endlich auch einen vernünftigen Prozessor, natürlich wieder ein AMOLED-Display und einen 5000 mAh starken Akku. Heute wollen wir es erstmal zusammen auspacken und schauen, wie mein erster Eindruck ausfällt. Vorher geht aber erstmal noch ein großes Dankeschön an notebooksbilliger.de. Die haben mir das Galaxy A42 nämlich für ein paar Tage zum Testen zur Verfügung gestellt. Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Bei der Verpackung hat sich im Vergleich zum letzten Jahr schon mal so gut wie gar nichts getan. Klassische weiße Verpackung, auf der Vorderseite das Smartphone abgebildet. Da seht ihr schon, zumindest bei der Rückseite hat man ein bisschen was verändert. Und hier der Schriftzug A42 5G. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Machen andere ja auch, aber das lässt sich Samsung immer nicht nehmen, hier noch das 5G mit dazu zu packen. Gut, kann man jetzt sagen, zumindest in der Mittelklasse ist das ja durchaus ein hervorstechendes Merkmal. Bei den Smartphones vielleicht eher nicht mehr. Es gibt drei verschiedene Farben, nämlich schwarz, grau und weiß. Ich habe hier die graue Farbe Prism.Gray. Also, da haben sie ja immer ganz, ganz fancy Namen. Bin ich mal gespannt. Das sah auf den Bildern, wie ich finde, ganz nett aus. UVP sind wie gesagt 369 Euro, aber mittlerweile bekommt ihr es schon für um die 250 Euro. Das ist ein deutlich interessanterer Preis. Und da sieht man mal wieder, wie krass dieser Preisverfall bei Samsung so ist. Ja, hier haben wir den ersten Tray da drin oder das einzige glaube ich auch da drin. Erstmal unser SimiJack Tool. Und hier sollte dann das ganze Papierzeug mit drin sein. Case bekommt ihr bei Samsung nach wie vor keines mitgeliefert. Hat jetzt glaube ich auch niemand erwartet. Quick Start Guide, Warranty Card, alles standardmäßig. Und hier haben wir dann das Smartphone an sich. Das wollen wir jetzt gleich mal rausheben. Das sitzt hier ziemlich streng drin. Okay, okay. Schauen wir uns natürlich gleich noch genauer an. Jetzt bin ich aber doch, naja, irgendwie überrascht. Dazu aber gleich noch mehr. Erstmal haben wir hier unser USB auf USB-Type, USB-C Kabel. Also USB-C unterstützt es natürlich, aber noch nicht USB-C auf USB-C. Denn das hier sollte ein 15 Watt Fast Charging Netzteil sein. Immerhin steht hier Adaptive Fast Charging. Das ist bei Samsung ja schon immer ein gutes Stichwort. Und wenn wir hier drauf schauen, genau, dann sind es maximal 15 Watt. Ist in Ordnung. Für 369 Euro nicht, aber für 250 Euro geht es klar. Ich finde aber auch, bei einem 5000 mAh starken Akku hätten jetzt auch 25 Watt nicht geschadet. Aber hey, bei Samsung muss man ja jetzt schon froh sein, dass überhaupt noch ein Netzteil mitgeliefert wird. Also hey, ich meine, beim 1249 Euro Flaggschiff wird keins mitgeliefert. Aus Umweltschutzgründen und hier beim Mittelklasse Smartphone natürlich schon. Sorry, der musste jetzt sein. Wisst ihr doch. Aber was ich eben meinte, und da könnt ihr mir gerne mal auf die Sprünge helfen. Ich muss das jetzt noch mal nachschauen. Aber ich meine, dass beim Vorgänger, also beim A41, auf jeden Fall noch Kopfhörer mitgeliefert wurden. Bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, welche. Aber also das ist dann schon so das nächste oder die nächste Einsparmaßnahme von Samsung. Denn Kopfhörer haben sie meines Wissens bei der Mittelklasse schon immer noch mitgeliefert. Ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja, wahrscheinlich haben wir dann auch bald hier kein Netzteil mehr. Das war es vom Lieferumfang. Jetzt wollen wir uns das Smartphone an sich natürlich noch genauer anschauen. Das ist es also, das Galaxy A42. Hier noch komplett in Folie. Aus der wollen wir es natürlich befreien. Ja, das sind doch schöne Unboxing-Geräusche. Das ist natürlich wieder so eine Ganzkörperfolie. Und jetzt schauen wir mal. Ich sehe jetzt gerade hier tatsächlich keine Displayschutzfolie, weil mich hat das auch immer einige Fragen. Nö, das Einzige, was mir auffällt, um den Rahmen haben wir wieder so diverse kleine Abklebungen und dann hier auf der Rückseite nochmal diesen E-Mail-Sticker. Wie gesagt, das hier ist jetzt auch die Retail-Version. Also genau, das dürft ihr auch erwarten, wenn ihr euch das Smartphone kauft. Was mir gleich schon mal auffällt, weil irgendwie assoziiere ich das Galaxy A40, A1, also das A40 natürlich total, aber auch das A41 war eher ein handlicheres Gerät in der A-Reihe. Das ist jetzt hier beim A42 definitiv nicht mehr der Fall. 164 x 76 Millimeter. Mit 8,6 Millimetern ist es allerdings relativ dünn und wiegt dann ordentlich 193 Gramm. Wohingegen ich dann wieder sagen muss, okay, für einen 5000 mAh starken Akku geht das wieder klar. Ich gebe euch hier jetzt mal den Größenvergleich mit dem Redmi Note 9T. Habe ich ja auch vor kurzem ausgepackt. Ähnlich großes Display, ähnlich großer Akku. Generell macht da aber das Samsung Smartphone auf jeden Fall den filigraneren Eindruck. Rückseite gefällt mir vom Material hier besser, vom Design hier besser. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Da bin ich aber positiv überrascht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es liegt aber relativ gut in der Hand. Wir haben hier ein 6,6 Zoll großes Super AMOLED-Display und jetzt kommt eigentlich der einzige Wermutstropfen. Das löst nämlich tatsächlich nur mit 1600 x 720 auf. Das macht dann 266 ppi und das ist halt schon echt grenzwertig. Also für 369 Euro ist das ein Witz. Das war auch der Hauptgrund, wieso ich das damals überhaupt nicht testen wollte. Jetzt für 250 Euro kann man darüber diskutieren. Also ich hoffe, dass der Preis hier noch weiter sinkt, weil ihr werdet gleich hören, die restliche Hardware ist durchaus ganz ordentlich. Vor allem der Prozessor und so weiter. Aber die Displayauflösung, also da muss man schon nicht so hohes gewöhnt sein. Dann wird einen das nicht stören. Aber wie gesagt, 266 ppi. Also da kann man sich auf jeden Fall drauf einstellen, Pixel zu sehen. Ganz interessant dann, wir haben hier eine Teardrop-Notch, also kein Punchhole. War ja beim Vorgänger auch schon so. Da drin sitzt eine 20 Megapixel-Frontkamera, niedrigere Auflösung als beim Vorgänger, aber hoffentlich bessere Bildqualität. Auflösung hat da jetzt ja nicht unbedingt so viel über die letztendliche Bildqualität dann zu sagen. Wir haben einen In-Display-Fingerabdrucksensor. Der ist optisch kein Ultraschall-basierter. Da bin ich gespannt. Der des Vorgängers war ja auf jeden Fall auch verbesserungswürdig. Und die Display-Ränder, naja, ihr seht es ja selbst, also an drei von vier Seiten wirklich in Ordnung. Das Kinn hingegen ist schon noch ziemlich dick. Also da erwarte ich im Jahr 2021 auch wieder für 369 Euro UVP auf jeden Fall mehr. Kommen wir zum Rahmen. Der besteht aus Kunststoff und zwar in Hochglanzoptik. Ist so auf den ersten Blick genau das Gleiche, was wir auch schon vom Vorgänger kennen. Wir haben links den Einschub für, muss ich jetzt mal nachprüfen, ob das wieder so ein, entweder ist es ein Hybrid-Slot oder tatsächlich einer der zwei Nano-SIM-Kanten und eine MicroSD unterstützt. Aber auf jeden Fall kann der 128 GB große interne Speicher erweitert werden. Ich meine, beim Vorgänger waren das ja noch 64 GB. Also das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Auf der Unterseite 3,5 mm Klingenanschluss, USB-C 2.0 Port, ein erstes Mikrofon und der Monolautsprecher. Mal schauen, wie der so klingt. Da gab es ja beim Vorgänger auch noch Luft nach oben. Rechts dann der Power-Button und die Lautheit-Eiserwippe, die aber beide wirklich gut verarbeitet wirken. Das war bei der A-Reihe letztes Jahr nicht immer so, deshalb erwähne ich das jetzt. Und auf der Oberseite haben wir dann nur noch ein weiteres Mikrofon. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der Rückseite angelangt. Und da sage ich gleich schon mal, gewöhnt euch an das Design, also vor allem auch hier an das Kamera-Layout. Aber ich glaube auch dieses, ja, es ist, also ihr seht das schon, das sind hier im Prinzip vier verschiedene Schichten. Ich hoffe, das kommt einigermaßen rüber, hier mit so einer leichten reflektierenden Struktur, wo wir wieder dieses typische, ja, ich sage immer, LSD-Muster haben, das wir ja kennen aus der A-Reihe. Und dann hier oben ist es, wie gesagt, so ein ganz normales Grau. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also diese Farbe gefällt mir richtig, richtig gut. Grau gibt es ja jetzt schon öfter. Mir hat das Grau, was Samsung da letztes Jahr hatte, überhaupt nicht gefallen. Aber das jetzt, vor allem im Zusammenspiel mit diesem Muster da unten, es sieht schick aus. Also das hat was, bin ich jetzt positiv überrascht. Ja, das Kamera-Layout, muss ich euch nicht sagen, an was das erinnert. Das gefällt mir dann bei der Galaxy S21-Reihe deutlich besser. Ist aber natürlich klar, dass man das dann bei der Mittelklasse-Reihe nicht unbedingt erwarten kann. Wir haben hier eine Quad-Kamera, also einen Sensor mehr als beim Vorgänger. 48 Megapixel Hauptkamera. Ich hoffe wirklich, dass das ein neuer Sensor ist im Vergleich zum letzten Jahr. 8 Megapixel Weitwinkelkamera und dann noch zwei 5 Megapixel-Linsen. Einmal eine Makro-Kamera, einmal eine Kamera für Tiefen-Chefe-Infos. Ich wage zu prophezeien, dass man die wahrscheinlich beide nicht wirklich gebrauchen wird oder gebrauchen kann. Na, mal abwarten. Muss ich ausprobieren. Aber ich hoffe, dass die hier die Hauptkamera ein bisschen verbessert haben, weil da gab es beim Vorgänger schon echt Luft nach oben. Akku, wie gesagt, 5000 mAh. Das ist wirklich ordentlich. Das ist ein deutliches Upgrade im Vergleich zum Vorgänger. Auch generell für die A-Reihe, also auch im Vergleich zu einem A51 zum Beispiel oder A71. Also das lässt auf jeden Fall hoffen. Und jetzt würde ich sagen, schalten wir das Smartphone ein und ich gebe euch dann gleich mal noch die restlichen technischen Daten durch. Plattform ist leider noch Android 10. Update auf Android 11 soll kommen, aber das finde ich dann doch etwas schade, dass wir hier halt eben noch nicht Android 11 haben. Und drüber liegt natürlich wieder Samsungs One UI. Interessant ist tatsächlich der Prozessor, denn das ist der Qualcomm Snapdragon 750G Octa-Core mit maximal 2,2 GHz. Und das ist schon ein deutliches Upgrade im Vergleich zu der Mediatek-Gurke vom letzten Jahr. Also das war ja mein größter Kritikpunkt am Galaxy A41. Jetzt hier haben wir wirklich einen ordentlichen Prozessor. Für 250 Euro kann man da echt nicht motzen. Also da liefern auch Xiaomi und Co. nicht so viel mehr. Also das muss man Samsung auf jeden Fall lassen. Bin ich da mal auf die Performance gespannt. Dazu gibt es leider nur 4 GB RAM. Also da hätte ich dann wieder gern 6 GB RAM gesehen. Ich glaube, das wird den Prozessor dann auf lange Sicht so ein bisschen einbremsen, aber mal ausprobieren. Und wie gesagt, 5G wird natürlich auch schon unterstützt. Ist für den Preis doch auch ziemlich ordentlich. Wäre letztes Jahr bei Samsung in der Preisklasse auf jeden Fall noch nicht anzudenken gewesen. Also wie gesagt, ich vergleiche das jetzt bewusst nicht die ganze Zeit mit Xiaomi und Co., weil der Maßstab sind hier natürlich andere Samsung-Smartphones. Und dafür ist die Ausstattung hier für den Preis doch schon ganz in Ordnung, finde ich. Ja, erster Eindruck ist auf jeden Fall, dass es ein ungewohnt großes Smartphone ist für eins der A40er-Reihe, sage ich jetzt mal. Ich finde die Specs insgesamt für den Preis aber stimmig. Also jetzt für die 250 Euro. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Displayauflösung. Aber da muss ich halt jetzt mal schauen, inwiefern das denn dann im Alltag stört. Ja, lasst mich gerne wissen, was euch zu dem Smartphone hier interessieren würde. Auch irgendwelche Vergleiche oder so. Ich denke mal, ihr wollt auf jeden Fall ein Review sehen. Oder lasst mich das auch gerne in den Kommentaren wissen, auf was ich da eingehen soll, auf was nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.